ich will so ein klassenteam auch für meine klasse 9a machen und da gehe ich jetzt auf meine schule und das plus bei räume um einen neuen raum zu erstellen also neuen raum erstellen als nächstes gebe ich dem einen schönen namen und thema und klick aber hier der soll nicht für alle in der schule sichtbar sein sondern nur für die schüler die ich einlade also nur für den neuen also privater raum und dann erstellen weiter geht's also erstellen und dann dann ist schon da jetzt lade ich leute ein das schöne sich musste nicht einzeln einladen also auf dieses häckchen drücken und dann auf personengruppen drücken und dann kann ich suchen meine neuen a suchen auch gleich die 30 mitglieder und anklicken und einladen des wasser nicht auch schon also einladen weiter geht es manchmal dauert es ein bisschen der raum ist fertig wenn man hier auf die drei punkte geht kann man zum beispiel bei einstellungen ein schönes bildchen machen und alles nochmal verändern was man vorher gemacht hat und los geht's hier einen text und die klasse 9a sieht's